Das ist eine große Ehre für die deutsche Sozialdemokratie, zeigt von dem großen Vertrauen, dass auch andere Länder in Europa in Martin Schulz stecken. Und wir haben mit ihm erstmals in der Geschichte der Europäischen Union die Chance, den Kommissionspräsidenten direkt aus dem Parlament sozusagen gewählt zu bekommen. Das ist das Neue. Nach den Veränderungen der Verträge wird eben der Kommissionspräsident in Zukunft im Wesentlichen oder kann nicht mehr gegen den Willen des Parlaments eingesetzt werden. Es kommt raus aus den Hinterzimmern der Staats- und Regierungschefs die Entscheidung und wird auf der Basis von freien und geheimen und gleichen Wahlen in Europa durch das Parlament bestimmt. Für uns Sozialdemokraten in Deutschland die Chance, nach mehr als 50 Jahren erstmals wieder einen deutschen und erstmals überhaupt einen deutschen Sozialdemokraten zum Präsidenten der Europäischen Kommission wählen zu lassen. Denn der letzte war vor über 50 Jahren Walter Hallstein. Wir haben uns natürlich auch befasst mit dem Thema Wahlkampf. Wir werden eine besondere Europawahl haben. Ich bin sicher, dass es uns gelingen kann, die Wahlbeteiligung erstmals seit vielen Jahren wieder zu steigern, weil, glaube ich, viele Menschen merken werden, dass Europa im Mittelpunkt auch des deutschen Interesses stehen muss. Wir leben im wahrsten Sinne des Wortes von Europa. Wir sind eine Exportnation, die immer noch einen Großteil ihrer Exporte in die Europäische Union bringt. Nur wenn es Europa gut geht, geht es auch Deutschland gut, sodass wir dieses große Projekt des 20. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert verteidigen und auch fortsetzen wollen. Und wie sehr Europa immer noch eine Friedensmacht ist, sieht man auch daran, wie es in Ländern aussieht, in denen Europa keine Rolle spielt, siehe Ukraine in diesen Wochen und Tagen. Deswegen bleibt es auch damit dabei, dass Europas friedensstiftende Wirkung auch in Zukunft ihre Bedeutung haben wird. Wir werden einen engagierten Europawahlkampf führen. Ich glaube, man kann durchaus selbstkritisch sagen, zum ersten Mal seit vielen Jahren auch wieder mit Europa im Zentrum und nicht als abgeladeten Bundestagswahlkampf, wie es das leider von allen Parteien oft gegeben hat. Und wir finden, dass ein spannendes Duell, sollten die Konservativen in der EVP, zu denen ja auch die CDU gehört, Jean-Claude Juncker als Kandidaten aufstellen, wird das ein spannendes europapolitisches Duell zwischen diesen beiden. Man kann gut und gerne sagen, großen Europäern. Und ich glaube, dass das auch dazu führen wird, dass Europa nochmal in unserer Bevölkerung eine neue Verankerung bekommt. Jedenfalls wird es ein spannender Wahlkampf, bei dem es wahrscheinlich auch Gemeinsamkeiten geben wird. Wir rufen jedenfalls alle demokratischen Parteien in Deutschland auf, neben den Unterschieden in der Europapolitik deutlich zu machen, dass wir Europa nicht aufs Spiel setzen dürfen und zu verteidigen gegen Linkspopulisten wie Rechtspopulisten, Rechtsextreme oder Linksextreme, die dieses große Projekt zerstören wollen. Also neben Unterschieden im Wahlkampf rufen wir alle dazu auf, das deutlich zu machen, dass uns das in Europa eint. Und mit Martin Schulz an der Spitze ist die SPD gut gerüstet für diesen Europawahlkampf. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich kann Ihnen mitteilen, dass der Parteivorstand heute auf seiner Klausur zum Abschluss einen wichtigen Beschluss gefasst hat, nämlich, dass die SPD für eine substanzielle Reform des BAföG steht. Dieser Vorschlag muss die Finanzsituation der Bundesländer berücksichtigen. Das ist uns ein wichtiges Anliegen gewesen. Das heißt, dass weitere finanzielle Belastungen aus einer solchen BAföG-Reform eben nicht auf die Länderhaushalte fallen darf. Aber die SPD ist die Partei des BAföGs und unser sozialdemokratisches Ziel ist damit noch einmal zum Ausdruck gebracht, die Herkunft eines Menschen darf nicht sein Schicksal sein. Wir haben darüber hinaus heute über das Arbeitsprogramm der SPD 2014 beraten. Dieses Arbeitsprogramm steht insbesondere unter dem Zeichen eines Dreiklangs, dass die SPD selbstbewusst regiert, dass sie strategisch weiterdenkt und dass sie eine Modernisierung ihrer eigenen Strukturen vornehmen möchte. Wir haben uns in diesem Zusammenhang auch mit den Ergebnissen der vergangenen beiden Bundestagswahlen auseinandergesetzt. Wir hatten unter anderem Herrn Prof. Herrkampf von der Bertelsmann-Studie bei uns zum Thema prekäre Wahlen und haben uns vor allem auch noch einmal sehr nachdenklich und kritisch darüber ausgetauscht, wie eigentlich in der Bundesrepublik durch die sinkende Wahlbeteiligung auch zum Ausdruck kommt, dass wir zunehmend in einer gespaltenen Demokratie leben. Dies wollen wir begegnen, auch mit eigenen Modernisierungsprojekten, beispielsweise durch eine Intensivierung der Nachbarschaftskampagnen, die eben nicht nur als Tür-zu-Tür-Wahlkampf, sondern tatsächlich als eine Strategie der mittelfristigen Bindung gegenüber den Mitgliedern, wie aber auch den Bürgerinnen und Bürgern wirksam werden soll. Wir haben und wollen als Sozialdemokratie wieder zur bestimmenden politischen Bewegung der Demokratie und der aktiven Zivilgesellschaft werden. Und dazu gehört unseres Erachtens nach, ich sagte es schon, uns auch als selbstbewusste Regierungspartei zu präsentieren. Wir sind in 13 Landesregierungen mit an der Regierung, stellen neun Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und regieren im Bund mit. Dies wollen wir auch deutlich machen in eigenen Veranstaltungen, in Veranstaltungen, die SPD regiert. Und dort von den Kommunen bis über Land und Bund eben noch einmal auch unsere Verantwortung und unseren Einfluss für die Gestaltung Deutschlands unterstreichen. Dazu gehört aber eben auch, dass wir Mitglieder beteiligen möchten, dass wir die Bürgerdialoge ausbauen wollen und dass wir als Partei eben über die tagesaktuellen Themen hinausdenken wollen. Die SPD ist die treibende Kraft beim Thema Energiewende. Sie ist die treibende Kraft beim Thema Arbeit. Das haben wir deutlich gemacht mit dem bereits auf den Weg gebrachten Rentenpaket. Aber wir werden das mit einer Verbesserung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung für Tarifverträge und den Mindestlohn weiter unterstreichen. Wir sind aber auch die Partei der gerechten und offenen Gesellschaft. Wir werden mit Mietpreisbremse, gesetzlicher Frauenquote, der Abschaffung der Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder und der Erhöhung von Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Forschung dieses auch noch einmal deutlich unterstreichen. Das heißt, die SPD möchte ihr Profil vor allem deutlich machen darin, dass unsere Politik dafür steht, dass wirtschaftlicher Erfolg und soziale Gerechtigkeit miteinander verknüpft werden können und eben hier gemeinsame Perspektiven für die Zukunft auch für die Menschen deutlich und transparent machen. Dazu werden wir ganz konkret am 6. April eine Konferenz durchführen, Gutes Regieren hier in Berlin. Wir werden darüber hinaus ab August diesen Jahres 16 weitere Regionalkonferenzen in den Landesverbänden durchführen und dort uns auch mit den zukünftigen Vorhaben von Regierungspolitik auseinandersetzen. Als weiteres Angebot zum Austausch und Verstetigung unseres Weiterdenkens wollen wir Themenlabore initiieren. In diesen Themenlaboren wollen wir Freiräume schaffen für neue Ideen, jenseits eben auch der Sachzwänge der Regierungsarbeit. Es ist auch das Ziel, dass wir in diesen Themenlaboren unsere inneren und äußeren kommunikationsstrategischen Ziele miteinander verbinden, neue Zielgruppen anzusprechen, aber auch breitere gesellschaftliche Themen aufzugreifen. Wir sind der Überzeugung, dass es an vielen Stellen in Deutschland neuer gesellschaftlicher Verabredungen bedarf. Was verstehen wir unter Wohlstand? Wie können wir für die Menschen Stabilität auf der einen Seite und Perspektive auf der anderen Seite schaffen? Beispielsweise beim Thema, wie verbindet sich eigentlich Arbeit und Leben miteinander? Dies ist eine Frage, die eben nicht nur gewerkschaftliche Themen betrifft, sondern die vor allem tief in das konkrete Leben des Einzelnen eingreifen. Wir werden uns hier mit Arbeitszeitfragen ebenso auseinandersetzen wie mit Demografiefragen und unser Profil schärfen, dass wir die Differenziertheit und Veränderung der Arbeitswelt, wie aber auch die individuellen Herausforderungen und Wünschen zur Gestaltung des Lebens gerecht werden. Wir haben auch ein Signal gesetzt, dass die SPD sich mit der digitalen Zukunft Deutschlands auseinandersetzen möchte. Auch hier gilt es deutlich zu machen, dass wir uns als SPD modernisieren wollen. Die Partei ist die Partei der digitalen Öffnung und der lebendigen Kommunikation. Wir möchten aber darüber hinaus auch ein Programm für die digitale Zukunft verabschieden, in der wir eine Debatte führen und neue Gesprächsfäden suchen mit nicht nur Gewerkschaften und Wirtschaft, sondern auch mit netzpolitischen Communities, interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Zu guter Letzt, natürlich hat die SPD sich vor allem auch damit auseinandergesetzt, wie sie ihre Kernkompetenz weiter verdeutlichen kann, erkennbar machen kann, nämlich schlicht und ergreifend die Partei der Gerechtigkeit zu sein. Das heißt, wir werden uns auch damit auseinandersetzen, wie wir neue Gerechtigkeitsfragen wieder auf die Tagesordnung setzen können. Das betrifft Generationengerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, aber eben auch Frage von allgemeiner Teilhabe und Zugängen, beispielsweise auch Zugängen zur Bildung. Dazu werden wir ein breit angelegtes sozialwissenschaftliches Forschungsprojekt initiieren und deren Ergebnisse natürlich auch mit der Öffentlichkeit diskutieren. Auch hier wird es letzten Endes um die Frage gehen, wie wir eine neue gesellschaftliche Verabredung darüber finden können, wie wir eigentlich Ökonomie, Soziales und letzten Endes auch ökologische Verantwortung in Deutschland neu und stabil aufsetzen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Bitte sehr. Wie wollen Sie denn ganz konkret diesen Spagat schaffen im Europawahlkampf? Einerseits mitregieren, andererseits doch einen Konkurrenten zu haben, einen großen Konkurrenten, die Union, obwohl Sie ja gesagt haben, es wird da auch Gemeinsamkeiten geben. Aber wie soll das konkret funktionieren? Ich glaube, erstens wird es sehr konkret um die Frage gehen, wie schaffen wir eigentlich wieder Perspektiven für Arbeit und Beschäftigung in Europa. Was uns ja nicht reichen kann, ist, dass wir einfach zusehen, wie die soziale Spaltung Europas Dimensionen annimmt, die ungekannt sind und ungeahntes Ausmaß anhaben. Wenn man in die Länder Südeuropas fährt, muss man feststellen, dass das Ergebnis der Krise zu einem Europa geführt hat, bei dem die Unterschiede in den Lebensverhältnissen kaum noch nachvollziehbar sind. Wir Deutschen haben, glaube ich, nur eine leise Ahnung davon, unter welchen Bedingungen Menschen inzwischen in Griechenland oder in Spanien leben. Und umgekehrt gibt es natürlich auch inzwischen Ressentiments gegenüber uns Deutschen oder Nordeuropäern. Wir werden das nur schaffen, wenn wir in den Mittelpunkt Europa stellen, wie wir diese Spaltung wieder überwinden. Ganz konkret, ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass wir die Besteuerung der Finanzmärkte durchsetzen müssen, um auch Geld zu haben, um in Wachstum und Beschäftigung in Europa zu investieren. Ich meine, einfach zuzusehen, wie 50 Prozent in Spanien der jungen Leute arbeitslos sind, wie wir eine ganze Generation in die Arbeitslosigkeit schicken und von denen erwarten, dass, wenn sie sozusagen so alt sind wie wir, die Europapolitik machen, das dürfen wir nicht zulassen. Wir haben massiven Nachholbedarf nach wie vor bei der Bankenregulierung. Die Bankenunion ist ein wichtiger Schritt, aber die Finanzmärkte sind bei weitem nicht ausreichend reguliert. Und es wird auch darum gehen, dass wir in Europa eine Debatte über die Frage führen müssen, wie wir uns eigentlich die zukünftige Struktur der Europäischen Union vorstellen. Da wird es vielleicht sogar Gemeinsamkeiten zwischen Union und uns geben, denn das, was wir an überbordender Bürokratie einerseits haben, wo die Kommission sich sozusagen in Lebensverhältnisse einsetzt. Ich habe jetzt, Martin Schulz hat uns gerade vorgestellt, dass tatsächlich, also es hört sich ja fast wie ein Witz an, aber dass es tatsächlich in der Kommission Überlegungen gab, wie man sozusagen die Wassermenge bei der Toilettenspülung Europa, ja, ich habe auch gelacht, aber es ist leider scheinbar wahr, gleichzeitig erleben wir, dass bei zentralen Aufgaben der europäischen Sicherheits- und Außenpolitik wir nicht mal dazu in der Lage sind, uns auf eine gemeinsame Position im UN-Sicherheitsrat zu verständigen. Das heißt, auf der einen Seite wissen Menschen, wir brauchen eigentlich mehr Europa, es macht keinen Sinn, in 28 befreundeten Staaten, 28 Mal ein Heer, 28 Mal eine Marine und 28 Mal eine Luftwaffe vorzuhalten. Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik hilft sogar Geld zu sparen. Auf das schaffen wir nicht in Europa. Gleichzeitig kümmern wir uns um Dinge, die lokal, glaube ich, deutlich besser geregelt werden können. Auch das wird Gegenstand der Debatte sein. Man darf Europa nicht wie in der Vergangenheit schönreden. Es gibt Dinge dort zu kritisieren und es macht keinen Sinn, es weiter sozusagen zur Political Correctness zu erklären, dafür zu sein. Nur, neben aller Kritik geht es darum, dass wir in Erinnerung rufen wollen, das ist auch ein Jahr, das dazu passt, 100 Jahre Erster Weltkrieg. Dies ist Europa, ist die europäische Einigungsidee, ist das größte Zivilisationsprojekt des 20. Jahrhunderts. Und wir dürfen es durch die Linkspopulisten der Linkspartei, wie Frau Wagenknecht oder die AfD mit Herrn Lucke oder gut bezahlten Professoren, denen es egal sein kann, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt, weil sie im Zweifel vom öffentlichen Dienst bezahlt werden, dürfen wir nicht kaputt machen lassen. Wir werden Millionen von Arbeitsplätzen in Deutschland verlieren, wenn die europäische Einigung misslingt. Das mag Leuten mit einer C4-Professor egal sein oder gut bezahlten Wirtschaftslobbyisten, die in Pension sind. Den Facharbeiterinnen und Facharbeitern, den Angestellten in Deutschland, denen darf das nicht egal sein. Und deswegen werden wir das auch zu einer harten Auseinandersetzung machen.